Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tom Clancy Splinter Cell das ist glaube ich unser Boss vielleicht sehen wir weiter geht es mit den Verdeckten Operationen dein Ziel ist es das Ariat zu durchqueren ohne entdeckt zu werden teilweise haben sich einige der Ziele aus Bilder bereit erklärt Opfer zu spielen da können wir ein paar umbringen die Symbole über die Stellen und Zeit zeigen dass sie neue Informationen auf dem Offset haben die Anzeige am unteren Rad das hat liefert ihnen Informationen zu ihrem aktuellen Missionsziel drücken Sie Escape um mehr an Offset zu öffnen um neue Informationen oder Details zu den Missionszielen abzurufen öffnen Sie die Tür welche Tür ich sehe hier nur Bretter ich sehe hier Bretter und meine Tür stellen sie ja das habe ich auch aus also hat äh einfache Steuerung oh fuck ich muss ja unentdeckt die nächste Tür ist verschlossen Sam du musst deine Dietriche benutzen um da reinzukommen um die Dietriche auszuwenden müssen Sie ähm die Taste für das Schnellwinter STRG und mit der Maus die Dietriche wählen benutzen Sie die Bewegungs-Tasten normalerweise wie er steht um die Bolzen zu lösen drücken Sie eine dieser Tasten bis Sie sehen dass sich der Bolzen erste Bolzen geht eine der vier Kombinationen wird die Bolzen den Bolzen bewegen wir hören Sie bis sich alle Bolzen gelöst ah genau das habe ich immer gehasst das muss ich drücken STRG was muss ich drücken STRG ähm was muss ich drücken STRG ähm wem mach ich jetzt das ah das ist ja noch einfach der sieht böse aus die nächste Tür verfügte bei einem Sicherheitscode der Mann der die Tür bewacht hat den Code und den Befehl nicht zu kooperieren die nächste Tür verfügt aber ah ich hab nicht ich gehe äh wenn Sie Ihren Gegner also von den drücken Sie die Aktion zu sehen wenn der Charakter nicht die für Sie hat können Sie ihn verhören ähm nachdem Sie die ähm Informationen Namen die Sie brauchen drücken Sie frei ähm ich hab jetzt nicht euch gelesen fangen Sie Ihren Gegner nach dem Code ok ok ich sehe hier nichts wieder mal das ist ja so in Games what the fuck und fuckies Verhöhung hi du wirst es mir nicht leicht machen was äh nicht so fest das tut weh tut mir leid 28469 28469 28469 28469 28469 28469 28469 die Schonexen die nächste Tür verflüge bei einer Retinas Geldschloss die Dinger sind nicht teuer und fast unmöglich zu hacken glücklicherweise braucht man nur das richtige Auge vom Scanner Scanner für gewöhnlich das eines Offiziers die Dinger sind nicht teuer Bewege den Herrn vor dir dazu die Tür für dich zu öffnen Sie zwingen einen Gegner zu kooperieren indem sie sich von hinten an ihn heranschlägen und ihn so greifen wie sie es vorhin getan haben wenn sie den Gegner festhalten ziehen sie ihn zum Projekt das hat benutzt werden zwingen ihn durch dringend also jetzt bin ich praktisch in den richtigen in den in den hitteln nicht ein wird ein ist hier muss man eigentlich immer verstecken weil die sonst gefunden werden. Also tue ich den irgendwo hier hinten, weil hier sieht man, hier geht kaum jemand durch. Zum Glück ist das nur ein Test, sonst wäre ich jetzt ziemlich am Arsch. Weil es glaube ich ein bisschen schwieriger ist. Nun zum Thema Unauffälligkeit. Die erste Waffe deiner Wahl sollte Unauffälligkeit und erst die letzte Deine Kanone sein. Auf Deinem Anzug befinden sich Fotozellen, die mit Deinem Offset verbunden sind. Bei einem Wert von Null bist Du ein Schatten. Bei Vier, ein Weihnachtsbaum. Die Schleichanzeige, die Du weißt tun, zeigt dann, wie gut sich ein Schatten ausmutzeln. Wenn sich der Regler rechts befinden, sind sie gut zu sehen, wenn sich der Regler rechts befinden. Sind sie fast unswahr. Sie werden die Lichter ausschließen müssen. Sie werden die Lichter ausschließen können. drücken sie in den Städten. Sie werden die Handeln stellen. Feuerlinkel. Ich denke, das kommt wieder mal ein Cut. Speicherercat. das ist aber... okay wir sehen uns nächsten Part tschüss